Bin ich zu spät? Nur ne Stunde, aber was soll's. Na dann! Hey du, elf Uhr? Wieso denn nicht schon um halb elf, hm? Alison, verspricht nicht, dass ich ihn nie wiedersehen muss. Na komm, vielleicht schönes Ruhige von Sophie mit ihrem Karten. Ja, das ist sie. Haben Alison und Peter je mit Ihnen darüber gesprochen, wer sich im Falle Ihres Todes um Sophie kümmern soll? Nein. Tja, Sie haben Sie uns besorgt. Verzeihung, wir beide zusammen? Glauben Sie mir, ich hab versucht, es Ihnen auszureden. Es gäbe noch andere Möglichkeiten, da wäre Peters Vater. Sie sind total ähnlich. Okay, okay, okay. Sophie, nein, nein, nein. Alles wieder gut? Er atmet noch. Müssen wir etwa zusammen in diesem Haus wohnen? Das ist wohl der Plan. Einige Tussis wollen keine Kondome, alles okay? Und ich sag nein und krieg trotzdem ein Baby. Wir brauchen einen Stundenplan. Das ist ein klein freier Abend. Ich bin froh, dass dein altes Leben vorbei ist. Das war doch scheiße. Mein Leben war toll. Ich hatte viel freie Zeit. Und was hast du da gemacht, Backen? Sie haben Sophie mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Und wen haben Sie für Sie ausgesucht? Uns. Das ist Ihr Kackergesicht. Was heißt, das ist Ihr Kackergesicht? Sie macht in die Badeweine schnell. Schnell, schnell. Sie können mich aus. Was soll ich denn tun? Nein, nein, nein. Das ist meine Witze. Wie bekommt ihr der Wein? Ich bin hier dann als Paar voll süß. Sagst du, Hilber, hat sie über Taylor Swift und die Kleine aus Freiheit gesagt? Holly, Holly, sie fängt an zu laufen! Halt sie auf! Wie soll ich sie aufhalten? Halt sie einfach auf, ich komme! Oh Gott! Oh, tut mir leid. Was hast du gemacht? Du hast gesagt, ich soll sie aufhalten und dann habe ich sie ein bisschen gestoppt. Ich habe endlich kapiert, warum Peter und Alison uns ausgesucht haben. Nicht etwa, weil wir sie am besten gekannt haben, sondern weil du und ich zusammen mit Sophie irgendwie eine Familie sind. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist ja nur ein Schlamm-de-Millionär. Ach, du Liebelzeit. Nein, noch das noch. Oh nein, das brennt er mir in den Augen. Hallo! Hallo? Was für eine Überraschung. Was ist? Süße, du hast Scheiße im Gesicht.